So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und eigentlich haben wir einen Grund zum Feiern, das möchte ich euch jetzt nämlich mal ganz kurz zeigen. Mir ist das letztens schon aufgefallen, dass der Kanal sich immer mehr an eine bestimmte Zahl ran bewegt und ich dachte, oh mein Gott, das klingt ja eigentlich richtig brutal. Hier seht ihr jetzt, wenn ich mich immer so einlogge auf meinem Kanal-Dashboard, steht hier was. Ein neuer Erfolg. Da steht 2 Millionen Aufrufe. Vor vier Tagen, offenbar, erhalten deine Videos mehr Aufmerksamkeit. 2 Millionen Aufrufe auf dem Kanal, das klingt auf jeden Fall heftig. Und dann ist natürlich aufgefallen, das sehe ich ja gar nicht, meinst du eh neues Jahr, die Leute haben gesagt, kannst du da auch mal so Statistiken oder so irgendwas machen von dem Jahr, wie viel in dem Jahr sich so getan hat. Ich habe gesagt, keine Ahnung, wo es das gibt, wie man das findet. Jetzt, dadurch, dass hier ein neuer Erfolg steht und man hier auf Statistiken geht, kommt man dann zu dieser Seite und diese Seite verrät euch noch ein bisschen mehr. Erstmal möchte ich jetzt hier dieses 500-Dosen-Bier aufmachen und sagen Prost auf 2 Millionen Aufrufe. Das ist der Zeitraum aber seit Erstellung des Kanals. Und ihr werdet sehen, der Kanal, der war über zwei Jahre inaktiv. Den gab es als Google-Konto. Da waren aber keine Videos und kein gar nichts. Erstmal kurz Prost. Da kann man ja direkt auswählen, das Jahr 2021. Und wir können mal gucken, was sich direkt im Jahr 2021 getan hat. Also insgesamt, das ist jetzt hier seit Erstellung, der Kanal wurde am 8.03.2016 erstellt. Bis zum 1.01.2022 steht dann hier dabei, bis dahin geht das alles, also 2 Millionen 9.642 Aufrufe. Wiedergabe Zeit 254.000 Stunden, 9.870 Abonnenten. Das sind ungefähr die Zahlen, die da passen. Umsatz lese ich mal nicht vor. Umsatz lassen wir mal weg. Umsatz ist, das ist jetzt nicht so interessant. Darauf dürfte man sich jetzt nicht. Und dann habt ihr hier natürlich noch andere Sachen, was da steht. Was steht denn da immer? Top Videos. Okay, hier deine besten Videos im ausgewählten Zeitraum. Hier seht ihr Aufrufe von 33.000, 28.000, 18.000, 17.000, 12.000, 11.000, 10.000. Da ist also auch einiges dabei. Und was man sieht, ganz häufig geklickt, eben hier so Tutorials. So reicht dir Pokestops von zu Hause ein, so levelt man effektiv. How to Spoof Tutorial, Nintendo Switch verbinden oder ein Doppel-Regirahm-Raid und 100% Lucky Regirahm auf Max pushen. Wie man das Google-Konto wechselt, der Schnellfang-Trick Team wechselt, so geht's, Pogel-Raid erklärt. Und dann natürlich die Trainer-Club zur Google-Anmeldung wechseln. Das Tutorial, das auf jeden Fall auch. Sehr genial, sehr wichtig, denn viele Leute, die Trainer-Club haben, fanden das doof, dass sie immer wieder ihr Passwort, ihren Namen eingeben müssen. Ihr Passwort, den Namen eingeben bei jedem Mal, wenn sie in das Spiel rein wollen. Wenn ihr das aber wechselt zu einem Google-Konto, sodass ihr einfach, wenn ihr ins Spiel wollt, im Spiel seid, ist das einfach viel besser, viel nützlicher. Gerade wenn man mehrere Accounts hat, dass man einfach nur drückt, mit welchem man spielen möchte und das dann automatisch da reingeht. Wir wollen jetzt aber wirklich uns auf das Jahr 2021 direkt berufen. Wir gehen also mal hier hin. Beziehungsweise hier könnt ihr nochmal sehen, also hier hat's angefangen. Hier steht auch März 2016. Und ihr seht die ganze Zeit, hier steht Null. Da gab's einfach nichts. Da gab es keine Videos, da gab es keine Uploads, da gab es gar nichts. Denn erst hier irgendwann hat's dann angefangen im August 2018. Also das ist über zwei Jahre dann, wo der Kanal existiert, aber nichts gemacht hat. Und hier hat es dann angefangen im August 2018. Ab da kann man erst zählen, dass es den Kanal gab. Da gab's halt immer mal ein paar Aufrufe und Sachen und hin und her. Dann ist das ein bisschen so gewachsen. Dann hat das hier irgendwas gemacht. Das sieht alles total brutal aus. Hier Februar ging viel ab. Ich komme mir gar nicht mehr klar. Februar, März, April. Und jetzt hier ist halt so, wie es ist. Wir gehen jetzt aber direkt mal auf das Jahr 2021. Da seht ihr, verändert sich das alles ein bisschen. Und trotzdem eine heftige Zahl. Denn wenn wir insgesamt zwei Millionen Aufrufe haben, haben wir alleine im Jahr 2021. Ja, das passt ja auch wieder nicht. Wieso steht denn jetzt hier 2020? Achso, weil jetzt 2022 gibt es uns das Jahr 2021 als Rückdings. Und jetzt, wenn ich auf... Ich verstehe gar nichts mehr. 1.1. bis 31.12.2021. Hm, warum steht dann aber hier, deine Videos haben im Jahr 2020 eine Million Aufrufe erzielt. Mehr kann ich nämlich nicht zurück. Also ich habe jetzt... Was steht denn hier? Januar 2021. Diese Zahl hier oben passt nicht. Das ist falsch. Das heißt trotzdem, dass wir insgesamt im Jahr 2021 1.103.185 Aufrufe hatten. Was natürlich eine feine Sache ist. In einem Jahr eine Million Aufrufe da, für so eine kleine Wuchst. Und insgesamt zwei Millionen haben. Das heißt, wir haben von 2018 bis 2021 am Anfang in drei Jahren eine Million geschafft und von 2021 bis 2022 in einem Jahr aber auch eine Million geschafft. Sind jetzt bei zwei. Also in einem Jahr das erreicht, was man sonst in dreien gemacht hat. Ihr seht ja auch, also Aufrufe 1,1 Millionen, Wiedergabezeit 156.000 Stunden, Abonnenten 4.586. Im Jahr 2021 gab es also 4.586 dazu. Da wir ja jetzt kurz vor 10.000 stehen, könnte man sagen, hatten wir also Anfang des Jahres so um die 5.000 Abonnenten. Wir sind mit 5.000 gestartet. Dann haben wir in einem Jahr im Prinzip das Doppelte dann dazu bekommen. Umsatz kann man wieder weglassen. Hier bei den Videos, die meistgeklickten. hat sich nicht so viel geändert. Wenn wir von hinten losgehen, habt ihr GoFest Tag 1 ist da dabei. So entwickelt ihr Feli Nara. Dann Rai Quasa Rates für Zuschauer ist da dabei. How to Spoof das erste Tutorial. Schilling der Shida ist da dabei. Real Talk zum Spiele-Trend-Bahn. How to Spoof 2. Jannik schenkt jedem ein kostenloses Mewtwo. Der Schnellfang-Trick. Einfach schneller, besser. Trainer-Club wechseln. Und Pogel-Rate ist dieses Jahr sogar das meistgeklickteste Video gewesen. Ihr habt hier oben auch noch andere Sachen. Wenn ihr da auf Reichweite drückt. Impressionen. 14 Millionen. Klickrate der Impressionen. Hm. Aufrufe. Da habe ich. Ich habe gar keine Ahnung, was das überhaupt alles sein soll. Arten von Zugriffsquellen. Funktion zur Auswahl von Inhalten. Oh, siehst du es. 42% YouTube-Suche. Direkt 24. Videovorschläge 13. Kanalseiten 8. Benachrichtigungen 4. Andere 7. Hier steht noch. Noch anderes. Gebammel. Hier Playlists. Uploads. 21%. Ramses Kitchen. 18%. Playlist. Ein tausendjähriger Schlaf. Pokémon Go Deutsch. Generell. Challenges. Ist also alles mit gut dabei. Hier andere Zugriffsquellen. Extern. Google Search. 31. Facebook. 11. WhatsApp. 3. Org. Telegram. Messenger. 2. Telegram. Org. Also die meisten kommen also direkt über Google, wenn sie irgendwas suchen, dann auf den Kanal finden da irgendwas. Nicht über Links in sozialen Medien oder Netzwerken. Zugriffsquelle. YouTube-Suche. Was wird in der YouTube-Suche am meisten eingegeben? Ramses der Dicke. Mit CK. Also falsch. Pokémon Go. Pokémon Go Deutsch. Ramses der Dicke. Mit 2K. 1,5%. Richtig brutal. Pokémon Go Live. Also die meisten suchen wirklich gezielt nach Ramses der Dicke mit CK und halt dann falsch geschrieben. Freut mich. Sehr. Zugriffsquelle. Vorgeschlagene Videos. Anteil an der Gesamtanzahl der Zugriffe. Da habt ihr hier wieder, wie vorhin. Ja. Ich kann mich diesen ganzen Zahlen gedöhnen, sind alles jetzt auch nicht so richtig was anfangen. In der Aktion. Was sagt uns das denn hier? Da habt ihr wieder eine andere Leiste. Da ist hier durchschnittliche Wiedergabezeit. Wichtige Momente für die Zuschauerbindung. Mehr als üblich angesehene Teaser. Weniger als üblich angesehene Teaser. Sehen sich das Video bei 0.30 noch an. Neuer Upload. Neu, neu, neu. Also die sind relativ neu. Das ist auch relativ neu. Und hier ist was alles. Das weniger. Hm. Mega Rexblizzard Raids. Jurem Raidstunde. Shiny Galaflampion Verlosung. Kampf bis Level 50. Ramses Minus. Raid am Mittwoch. Aber hier meistens seht ihr natürlich die Streams. Sogar Giratina Shiny Hand bei Leuchtende Perle ist da dabei. Neuer Upload. 96% hier. Neuer Upload 103%. Mehr als 100%. Was auch immer das heißt. Also die Streams. Mit den Streams haben wir schon wirklich einen Schritt in eine andere Richtung gemacht. Nicht einfach nur stumpf ein Video hochladen. Ja guckt das. Stillschweigen. Schreibt was drunter. Das mache ich zwar immer noch gern. Gerade die Community Raids. Oder wenn jetzt eine Forschung da war und man Zeit hatte, dass man da vor Ort ein bisschen die Kapitel gefilmt hat. Oder wenn es irgendwas Neues gab. Die News Videos. Das ist ja alles immer noch fester Bestandteil. Aber die Streams sind schon was Feines. Wirklich dann mit euch direkt zusammen zu kommunizieren. Ihr Fragen habt. Wir da reden. Wir da alles machen. Streams passen auf jeden Fall sehr schön. Einleitung. Highlights. Ausschläge. Einbrüche. Das ist viel zu kompliziert alles. Top Beiträge. Top Beiträge auf dem Community Tab. Die besten Videos nach Abspann. Erfolgreichste Abspann-Element-Typen. Keine Daten. Habe ich nämlich gar nicht. Ich habe gar keinen Abspann. Top Infokarten habe ich auch nicht. Also ihr seht, ich hätte ganz viel mehr noch Möglichkeiten. Irgendwas. Aber ich nutze viele Funktionen von YouTube gar nicht. Top Playlists. Ramses Kitchen auf Platz 1. Ramses Kitchen ist eine bessere Playlist als Pokémon Go Deutsch. Dann kommen Challenges. Dann Wandern mit Natururin. Und dann 7 Tage, 7 Stops. Auch immer noch interessant. Top Videos jetzt. Dieses Jahr. 12 Stunden Shiny Selve und Tobuts Raids. Dann Pogo Raid. Dann der komplette Shiny Tunnel Rauchtag. Dann Rai Quasa Raids und Shiny Ho-Oh Raids. So. Wenn wir nur mal dieses kleine Dings hier anpropfen. Und Zielgruppe dürfte vielleicht auch noch interessant sein für manche. Wiederkehrende Zuschauer. Das ist hier das obere. Und das andere sind neue Zuschauer. Einzelne Zuschauer. Tot. Abonnenten. Aha. Und überhaupt. Und bla. Videos, die dein Publikum vergrößern. Mein bisher bestes Krypto-Luke. Neue Zuschauer, die zurückgekehrt sind. Mittlere Anzahl. Hier. Einfesseltes Hopper. Elf legendäre Bosse. Die dänne Frustration. Also hier. Und Shiny Terracium Raids. Mhm. Was sind denn dann welche, die das verkleinern? Also es gibt Leute, die sind ewig aktiv auf dem Kanal. Also sind schon ewig auf dem Kanal. Aber gucken nichts. Aber bei einem Video sagen sie, oh, da gucke ich ja doch mal jetzt wieder rein. Ja und nochmal andere Kanäle, die sich deine Zuschauer ansehen. Spiele drehen. Schilling Plus. Sabrina spielt. Brandon Tan. Melanie Chaos Lady. Andere Videos, die deine Zuschauer angesehen haben. Spiele drehen. Schilling Plus, Schilling Plus, Schilling Plus. Sabrina spielt. Okay, okay, okay. Wann deine Zuschauer auf YouTube aktiv sind, danach könnte man sich ja mit den Uploadzeiten richten. Aber eigentlich möchte ich meine Sachen so, wie sie jetzt sind, so drin behalten. Ihr seht, hier ist am Montag so 18 Uhr rum am meisten los. Dienstag dasselbe. Mittwoch wird sogar noch ein bisschen später. Donnerstag auch so 18 Uhr. Freitag ist irgendwie gar nichts los. Dieses ganz Helle bleibt einfach aus. Samstag auch, ne. Hier früh ist nix. Dann kommen sie. Na, da wollen sie gucken. Und dann hier am Sonntag. Ja, weiß ich nicht. Sehr viele. Sonntag 19 Uhr. Da geht es richtig ab. Aber da muss man sich nicht verrückt machen nach diesen ganzen Statistiken. Ich mache das eigentlich so, wie ich es jetzt immer gemacht habe. Aber ich bin ganz zufrieden so mit dem, mit den, wie es jetzt läuft. Top Länder sind hier dabei. Deutschland mit 85%. Ihr habt hier Österreich, Schweiz, Frankreich, Indien dabei mit 0,2. Top Sprachen, keine Untertitel. Deutsch Untertitel, Englische Untertitel. 0,0 wird trotzdem hier aufgeschrieben. Wiedergabezeit von Abonnenten 56% und Nutzer ohne Abo 43%. Also nur die Hälfte von den Abonnenten ist wirklich auch aktiv. Während die andere Hälfte schon fast keine Abonnenten sind, aber trotzdem aktiv hier rumwurschteln. Alter und Geschlecht ist vielleicht für viele noch interessant. Weiblich 11,1%. Männlich 89% Männer. Aber jetzt hier die Altersgruppen. 13 bis 17 Jahre 3%. Hier 18 bis 24 Jahre 32%. Also die sind dann schon volljährig. 25 bis 34 auch nochmal 29%. 35 bis 44 20%. 45 bis 54 11%. Immer noch mehr. Es sind mehr Leute im Alter bis 54 als 13 bis 17. Also wir haben doch eigentlich einen hohen Altersdurchschnitt, würde ich schon sagen. Das fängt hier gut an. Und dann sind da hier diese, da sehe ich die Standardbesetzung mit drin. Es sind gar nicht so viele, vorsichtig gesagt, Kinder unterwegs. Wir haben sogar 65 plus 0,2% haben wir auch noch mit dabei. Den letzten hier Umsatz lassen wir wieder weg. Und würde ich sagen, das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich glaube es ist auch das allererste Mal, dass ich hier überhaupt auf dieser Seite bin und mir das angucke. Und alles nur deshalb, weil ein neues Ziel erreicht wurde mit 2 Millionen Abonnenten. So. Was ich sonst noch sagen will, keine Ahnung. Ihr könnt ja vielleicht mal drunter schreiben, wie ihr den Kanal überhaupt gefunden habt. Wie ihr auf den Kanal aufmerksam geworden seid. Und was ihr an dem Kanal am besten findet. Oder was ist euer Lieblingsthema? Was ist euer Lieblingsformat? Bei was schaltet ihr regelmäßig ein? Was interessiert euch jetzt nicht so? Also lasst gerne mal Feedback da und alles. Und dann würde ich sagen, starten wir ins Jahr 2022. Ich denke mal, dieses Jahr werden die 10.000 sicherlich erreicht durch irgendwas. Und es kommen immer mal welche dazu und es gehen wieder welche weg. Meistens kommt mehr dazu, als dann wieder weggehen. Es wächst immer kleine Stückchen. Aber so haben wir auch mehr, die dann auch eher gebunden sind und auch dabei bleiben. Ist also gar nicht so schlimm. 10.000 hätte ich damals nie gedacht. Jetzt ist es in greifbarer Nähe. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und jetzt muss ich gleich das Muttertier abholen. Wir müssen heute noch Day One gucken. Die Rästling-Veranstaltung. Es kommt auch noch ein Unboxing-Video. Weil ihr immer so viele Pakete schickt. Und ansonsten... Frohes Neues. Dankeschön für eure Treue, für euer Einschalten, für alles andere. Und ich trinke ein Bier auf euch. Und Adi, der schlägt sein Pfötchen auf euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.